Sehr verehrter Herr Bürgermeister Süßen, lieber Fidi, als Kollege, sage ich mal so, sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Frutze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es wurde gerade schon mal angeschnitten, dass wir beim letzten Mal das ostrisische Bundesschießen ausgerichtet haben in Hinte. Wir waren voll stolz erfüllt, dieses Schießen ausrichten zu dürfen. Und vor allen Dingen dann, wenn man als stellvertretender Bürgermeister gleichzeitig auch noch Mitglied des Präsidiums aus vielen Schützenbundes ist und Vorsitzender bzw. stellvertretender, damals Ehrenvorsitzender dieses Vereins in Hinte ist. Und wir haben uns überlegt, was machen wir denn mit so einem schönen Banner? Jeder kann es jetzt hier sehen, wir haben es hier hiecht und gepflegt. Einmal in die Woche wurde Staub gewischt, da konnte man auch von ausgehen. Also wir haben versucht, das Beste daraus zu machen und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass gerade dieses Banner in der Mühle, im Trauzimmer der Mühle Hinte, einen guten Platz gefunden hatte, mit einem jeweiligen Schrank versehen. Und auch viele, viele Besucher immer wieder auf dieses Banner zugingen, auch aus auswärtige Besucher und fragten, was das für eine Bewandtes hat, dass dieses Banner hier jetzt hängt. Aber scheinen tut weh, all das wissen wir auch. Wiedersehen zu sagen ist auch eine klare Sache, aber irgendwo wann muss man natürlich auch dann sagen, zu sich selbst und zu anderen, es war eine schöne Zeit. Meine Fahnträger aus Hinte haben Jahre dieses Banner begleitet, dafür Dankeschön von dieser Stelle aus. Und ich glaube einfach zu sagen, Tschüss, auf Wiedersehen, Dankeschön und vor allen Dingen, wir kommen jetzt gleich zur offiziellen Übergabe. Vielen Dank.